Hallo Leute, ich wurde getagged, wurde getagged, wurde getagged. Und zwar von Beautyzeit, 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 Beauty, aha, aha, stopp, um mal wieder ernst zu bleiben, ich knie auf den Boden. Willst du mich heiraten? Bitte! Okay Leute, jetzt hatten wir genug Spaß gehabt und jetzt fangen wir mit dem Challenge an. Und dieser Challenge heißt, Challenge of Biggie oder Biggie. Boah, das erinnert mich an iCarly. Gib me! Sag spontan drei Wörter mit B. Ähm, BH, Buch, Bananen? Sag den Zungenbrecher, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut. Oh yeah, mein schniesischer Akzent kommt so richtig da raus. Okay, letzter Versuch. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt... Habe ich Brautkleid gesagt? Nein. Was ist deine schlimmste Eigenschaft? Mh, ich würde mal sagen, was Schule angeht, ich mache fast nie Haulaufgaben. Es ist schlimm, nehmt euch kein Beispiel an mir. Nein, kein Beispiel. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin Musterschülerin. Spaß. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, okay, ich zeige euch, was hinter der Kamera steht. Kommt mit! Ein Spiegel, damit ich sehe, ob ich mich überhaupt filme. Einmal mein Ordner für die Schule und mein Licht. Jetzt kann ich schon abends filmen. I love you, baby. Frage 6 lautet, deine größte Angst? Ich würde sagen, immer noch, dass ich Angst habe, dass ich nächstes Jahr, weil ich ja dann mit der Schule fertig bin, keinen Job finde oder keinen Studienplatz oder keinen Ausbildungsplatz, weil ich weiß nicht, das sind halt so meine größte Sorgen, weil was soll ich machen, joblos zu Hause rumsitzen oder nur für euch Videos drehen? Näh, komm, ich mache auch noch nebenbei Videos für euch, aber ich brauche einen Studienplatz. Was für Socken trägst du? Du, ich, du, ich, ich zeig's euch. Ja, ich trage eigentlich ganz normale Socken, die sind vorne pink und an den Fersen auch und ja, hier am Rand ist es auch noch pink. Und der Rest ist grau und ja, Füße, gib mir eine Pose, Pose und noch eine Pose und... Oh mein Gott, mir ist so warm. Warum ist mir so warm? Oh, das muss wohl an dir liegen. Bei welcher Frage sind wir jetzt? Egal, aber die lautet, was ist dein Weckerklingelton? Und ja. Es ist von Leighton Neaster und heißt A Little Bit Stronger. Ihr könnt ja einfach mal zuhören. Bis zum nächsten Mal. Naja, kommen wir zu der vorletzten Frage und das ist die Frage 9. Ziehe eine Grimasse. Okay, okay, keine Sorge Leute, wir kommen zu der letzten Frage und die lautet... Schau in die Linse ohne zu blinzeln. Wird gemacht. Ja tja, scheiße, zu spät. Oh, darf man das sagen? Egal. Ja, dann würde ich mal sagen, mein Video ist zu Ende und ich werde nachher auch noch ein paar Leute taggen. Ich muss mir noch überlegen, wen ich tagge, aber das schreibe ich alles unten in die Infobox. Genauso wie, welche Kamera ich benutze, welche Videobearbeitungsprogramme ich benutze, denn das fragen mich irgendwie auch ein paar Leute. Und ja, ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen, auf ein Like, ne? Ein Like? Nein, lieber ein Daumen hoch, denn ich glaube, Like ist eher so Facebook-Sprache. Und falls du mich gerade hier neu auf YouTube entdeckt hast, ich möchte nur sagen, ich habe immer Platz für einen neuen Abonnenten in meinem Herzen. Du bist willkommen. Okay, das war's. Tschüssi! Tschüssi!